Die Globus Meisterbäckerei im Globus Saarlouis und ja hier wird tatsächlich jeden Tag jede Menge Brot und Brötchen frisch gebacken und jemand der sich richtig gut damit auskennt ist der Axel. Guten Morgen, grüß dich. Du bist hier für was genau zuständig? Ich bin in der Konditorei zuständig und leite die so ein bisschen und ansonsten ja, freue ich mich euch dazu zeigen, hier immer durch die Bäckerei. Aber wenn du sagst, du bist für die Konditorei zuständig, du kennst dich trotzdem mit Brot und Brötchen, alles dazu gehört, richtig gut aus. Ja natürlich, also ich bin Bäckermeister und gelernter Konditor und wir gehen heute durch die Bäckerei. Genau, das interessiert es nämlich, wir dürfen heute mal tatsächlich einen Blick hinter die Kulissen werfen, mal schauen, wie es bei euch in der Bäckerei so losgeht. Beziehungsweise losgeht ist ein gutes Stichwort. Bei euch ging es schon viel, viel früher los, als wir jetzt. Wir haben ungefähr jetzt, glaube ich, 10 Uhr. Bei euch, ihr seid schon ein bisschen länger wach. Stimmt, also unsere Bäckerer fangen um halb zwei an und die Konditoren um vier und ja und haben natürlich auch noch eine zweite Schicht, damit täglich frische Brötchen und Brot und Backwaren produziert werden und auch dort sind. Das wäre nämlich direkt meine Frage gewesen, weil wir sehen ja hier schon, hier ist ja schon gerade eine große Auswahl, hier frische, verschiedene Sorten Brot, hier unten Brötchen. Wir gehen mal kurz ein bisschen, ich schwenke einfach kurz rüber, also da ist ja wirklich eine Auswahl, die ist ja enorm. Das heißt, das ist nicht alles die Sachen, die jetzt heute nachgebacken wurden? Doch, die wurden alle heute Nacht gebacken und produziert und die sehen wir jetzt hier. Ja, aber ihr, so habe ich es verstanden jetzt gerade, da du sagst in mehreren Schichten. Das heißt, wenn ihr seht, okay, ich sag mal hier, was nehmen wir hier einfach mal, nehmen wir hier das Weizen-Mischbrot. Richtig, das kommt dann nachts um drei Uhr die erste Charge raus und je nach Bedarf wird dann heute Mittag noch mal gebacken. Ja, kann aber auch sein, dass sogar dreimal am Tag Mischbrot gebacken wird oder Roggenbrot oder Weltmeisterbrot. Und ja, danach wird, also nach Bedarf wird auch gebacken. Wir haben ja gerade eben schon eine Kollegin gesehen, wie sie hier wieder aufgefüllt haben. Das heißt, die geben dann auch direkt Meldung, hey Jungs, wir brauchen Brot. Das heißt, dann wird der Ofen wieder angeschmissen. Genau, richtig. Das wird dementsprechend geguckt, damit wir auch nicht so viele Abschriften haben. Ach, der Umwelt zuliebe, wissen wir ja heute, dass das alles wichtig ist. So, jetzt bin ich aber neugierig. Ich glaube, ganz viele Zuschauer auch. Ich habe einen guten Vorteil, denn ich rieche erstmal, wie lecker es hier ist und ich darf nach hinten schauen, aber wir dürfen jetzt rein. Ja, gut, dann gehen wir mal. Das Schöne ist ja bei euch grundsätzlich, auch wenn man hier vorbeikommt, hier im Globus Saarlouis, man kann euch nicht komplett, aber einen großen Teil auf die Fingern schauen. Wenn man hier direkt davor steht, da sieht man ja schon, aha, hier wird gearbeitet. Das stimmt. Also es ist auch vom Konzept her so, dass wir auch einen Blick, wenn wir hier rechts mal schauen, in die Konditorei reingucken können. Da werden wir heute aber nicht reingehen wegen Hygieneauflagen. Aber da wird alles, wie gesagt, frisch produziert. Die ganzen Togo-Becher, die Sahnetorten. Hier haben wir Pariser. Togo-Becher, Sahnetorten, Pariser. Hier vorne haben wir noch Pariser Halbe, Bienenstich, Frankfurter, Streuselteilchen, Windbeutel. Alles frisch produziert. Leider dürfen wir, wie du sagtest, da heute jetzt nicht reingehen. Nur mal so einen kleinen Blick durch die Scheibe erhaschen. Hier wird gerade, ah, das sieht lecker irgendwie nach Erdbeer oder Himbeere aus. Ja, das sind Erdbeerrollen, wo sie jetzt da hinten sehen. Und die Mitarbeiterin macht gerade die Himbeerrollen. Ja. Vielleicht können wir noch probieren, aber rein geht es hier heute nicht. Aber dafür sehen wir den Rest der Bäckerei. Ich denke mal, hier ist jetzt schon ein Bereich, wo quasi die Produkte fertig sind. Also die Produkte, die hier sind, genau, die werden jetzt hier vorne gebacken. Und hier ist die Verpackstation. Das heißt, die Damen tun hier fleißig verpacken, auch hier vorne. Wie man auch sieht, haben wir es hier in den Körben zwischengelagert, so damit direkt anschließend aufgefüllt werden kann im Regal, damit es auch keinen Stau gibt, dass halt eben die Regale leer sind. Ich habe eine kleine Idee, wenn das okay ist. Ich sehe nämlich gerade, hier liegen die tollen, frischen Brötchen. Hier sind sie schon verpackt und gerade eben haben wir es da draußen gesehen. Dürfen wir denen mal zu einem Weg des Brötchens verfolgen? Ja, gerne. Da gehen wir mal direkt vorne in die Mischanlage bzw. Teigecke und dann zeigen wir das. Super, da gehen wir hin. Ja, und hier startet nun also alles. Hier werden quasi die Brötchen geboren. Genau, hier werden sie produziert. Hier sind wir in der Abwiegestation. Am PC selber gibt man die Programme ein, gibt halt eben auch die Menge von den zu produzierenden Produkten ein. Dann erscheint halt eben für jeden Rohstoff, wie zum Beispiel Salz und Malz, erscheint dann jeweils ein einzelnes Feld, wo man dann halt eben abwiegt und dass Tara dann halt eben so weit läuft, dass man dann im vornen blauen Bereich hat. Dann kommt ein grüner Bereich, in dem muss paar Sekunden halten und dann springt es erst auf nächste über, so dass man dem nicht zu viel oder zu wenig abwiegen kann. Ist mal drüber, dann wird es rot angezeigt und es wird nicht weiter, also springt nicht weiter. Verstehe, okay. Das heißt, ihr kriegt dann immer genau vorgegeben, okay, zuerst, ich sage jetzt mal Salz, so und so viel davon, dann wird das nächste je nach Produkt angezeigt und das wird dann dementsprechend dann aufgefüllt. Richtig, genau so wird es dann nach und nach gemacht, dass man eben auch dort Fehler minimiert. Und vor allem, dass eure, nehmen wir mal die Brötchen, auch immer gleich schmecken. Genau, richtig. Es soll ja alles gleich schmecken und immer frisch sein und aus dem Grund ist das System halt eben so eingeführt worden. So, aber jetzt haben wir erstmal hier eine Mischung. Wie geht es dann weiter? Ja, dann geht es natürlich weiter hier rüber zum Mehl-Silo. Das heißt, hier fehlt dann ins Mehl-Silo das Mehl rein, dann wird es nach vorne gezogen, dann kommen die Zutaten mit hinzu, Salz, Malz, was man eben braucht, auch Eis. Eis für Brötchen. Moment mal, Eis für Brötchen? Cash-Eis, genau, richtig, weil durch die Kneterwärmung an für sich ist natürlich auch wichtig, dass der Teich gekühlt ist, ansonsten wird man die Bindungen zerreißen und hätte kein schönes Brötchen. Aha, wieder was gelernt. Kurze Frage, ich meine, jetzt kann ich mal den Brot fragen, wenn ich mal auf die Idee komme, solle ich zu Hause mal selber Brötchen zu machen, soll ich da auch Eis benutzen? Ich glaube, da gibt es andere Rezepte wie die, die wir in der Bäckerei verwenden. Also, ich denke, die Brötchen zu Hause, die werden definitiv anders produziert wie hier. Hätte das sein können, kleinen Tipp mit dem. So, auf jeden Fall, das sieht mir nach einer Knetmaschine aus. Richtig, dann kommt es hier in die Knetmaschine rein und wird dann der Teig reingefahren, der Kneter fährt herunter, der Teig wird geknetet. Die Zeit, die sie brauchen, erst im langsamen Gang, um alles zu mischen und dann später im Schnellgang für halt eben die gewünschte Kleberstruktur aufzubauen. Im Eiweiß, also im Weizenbrot ist es so, dass man Kliadin und Glutinin, das Klebereiweiß, damit das halt eben ein richtiges Netz bildet und deshalb brauchen wir die perfekte Knetzeit. Perfekte Knetzeit. Wie ist die denn, die perfekte Knetzeit für ein Brötchen? Die perfekte Knetzeit für ein Brötchen ist in der Regel drei bis vier Minuten mischen und nochmal fünf Minuten Schnellgang bis sieben, je nachdem. Ich sehe schon hier, Axel kennt seine Produkte, er kennt die Brötchen. Aber jetzt sind wir noch lange nicht beim Endprodukt. Genau, jetzt sind wir dann hier beim Rollprofil. Der fertige Teig wäre dann hier. Würde dann hier oben eingeführt werden, dann rutscht der Teig halt eben runter in der Anlage. Würde hier über diese Drommel portioniert, in kleine Stückchen und auch rund gewürgt, läuft dann durch die Anlage hier hoch, fällt von hier in diese Körbe rein. Die laufen dann durch die Anlage. Dann ist ein kleiner Gärprozess, da ist eine gewisse Temperatur drin, damit die ein bisschen ansprengen. Anschließend werden sie leicht gerollt und hier unten ist ein Messer drin. Das heißt, die kommen hier runter und da kommt der Schnitt in das Brötchen. Fahren dann wieder hier rüber, fallen dann anschließend auf die Diele drauf mit den entsprechenden Abständen. Ja, und so machen wir den ganzen Wagen voll. Ja, glaube ich habe ich gerade eben einen gesehen und den hat der Kollege schon wieder abgeholt. Nein, das sind sie ja noch. Genau. Und so sehen sie dann aus. Normalerweise sind sie unten drunter geschnitten. Das sind jetzt zwölf Fläser. Aber ich meine, diese Maschine jetzt hier, die macht jetzt alle eure Teiglinge? Ja, macht alle unsere Teiglinge. Für die Brötchen, die Zöpflis, die hier produziert werden, auch für Rungenbrötchen. Okay. Ich habe mich schon befürchtet, die macht nur die Brötchen für den Fleischcase weg, aber nein, die kann auch andere Sachen. Genau, die macht auch andere Brötchen deshalb. Aber nur rein Brötchen. Für Brot haben wir andere Maschinen. Okay. Ja, wir werden ja noch ein paar Sachen sehen. So, aber jetzt ist es ja noch nicht wirklich genießbar. Nein, richtig. Dann werden sie als nächstes, kommen sie hinten in den Gärschrank. Ja. Ja. Ein Aromacooler, sozusagen. Wie man jetzt hier auf dem Display erkennen kann, haben wir hier eine gewisse Luftfeuchtigkeit eingestellt, genau wie die Temperatur. Und eine Uhrzeit, die ist jetzt halt eben dort dran. Und wie man dann halt eben rein guckt und auch fühlt, hier herrscht eine andere Temperatur wie in der Backstube. Riecht mir jetzt auch so ein bisschen die Hefe? Ja, würde man meinen, die Hefe arbeitet, klar. Und die produziert ja auch Alkohol. Und das ist das, was man jetzt so riecht. Ich habe wohl den Alkohol gebrochen. Ja. Der hier steht deutlich wärmer. Das heißt, hier kommen sie zuerst rein. Bis alles gar ist. Bis die dementsprechende Größe halt eben hat. Oder Reife. Ja. Das heißt, hier auch die Roggenbrötchen, die brauchen noch ein bisschen. Hier jetzt die Schnittbrötchen, die wir jetzt hier haben. Hier ist der Schnitt zu sehen. Ja. Der geht nachher, also das Brötchen wird nachher gedreht. Und dann geht dieser Schlitz auf. Und der reißt dann beim Backen. Ja. Für was ist dieser Schnitt wichtig? Eben, damit es nicht aufplatzt? Oder das... Genau. Das ist ein kontrolliertes Reißen. Mit diesem kontrollierten Reißen will man natürlich verhindern, dass es halt eben unkontrolliert überall in dem Gebäck aufreißt. Und dadurch sehen ja nicht alle gleich aus. Okay. Hinter dir stehen jetzt, ich glaube, so Schoko- und Rosinenbrötchen? Genau. Richtig. Das sind Schoko- und Rosinenbrötchen. Der Mitarbeiter besprüht es gerade mit Ei. Früher hat man die abgestrichen. Mittlerweile besprüht man sie mit Ei. Und die werden dann anschließend abgebacken. Axel, kann man eigentlich, oder wisst ihr eigentlich, wie viele Produkte ihr im Sortiment habt? Ja, wir haben an die 320 Produkte. 320? Und das täglich? Ja, die sind täglich da. Und ich kann mir vorstellen, jetzt gerade zu bestimmten Jahreszeiten, wie zum Beispiel Weihnachten, das steht ja bald für eine Tür. Da kommen wahrscheinlich dann noch spezielle Produkte dazu. Richtig. Also unser Sortiment wechselt dann. Also Kernsortiment ist immer gleich vorhanden. Also unser Mischbrot will man immer haben. Aber dann gibt es halt eben andere Sortimente oder Segmente, die halt eben auch wechseln. Gerade auch bei der Konditorei ist das dann natürlich dann zu sehen. Da haben wir für Halloween werden dann Sachen extra produziert. Für Weihnachten werden Sachen extra produziert. Schulanfang. Alles, was man sich so vorstellen kann. Jetzt sehen wir gerade hier nebendran schon auch hier die ganzen Körbchen für die Brote. Genau. Also hier sind die Brotkörbchen, die sind ja schon vorgemehlt, ja. Sodass, wenn heute Abend oder nachher losgehen sollte, nochmal Brot nachgebacken wird, ja. Das direkt mit Brot produziert werden kann. Das ist alles schon vorbereitet. Und Moment mal, das war eigentlich dein Bereich hier. Ja, das ist richtig. Das produziert auch die Konditorei. Das sind Käskuchen und hier haben wir natürlich dann auch Zwiebelkuchen. Ja. Wie lange bist du schon hier? Ähm, oh, zweieinhalb Jahre bin ich schon hier. Wie oft kommt man die Versuchung nochmal zu probieren? Täglich. Ich sag's mal ehrlich. Sehr schön. So, ich denke mal, hier warten dann die Produkte, damit sie dann in den Ofen können. Ja, hier haben wir zum Beispiel Lebkuchenplatten, ja. Die, wie gesagt, noch einmal abgestrichen werden und dann in den Ofen kommen. Hier haben wir natürlich dann schon die Zwiebeln. Die werden noch einmal abgeröstet, bevor sie zum Zwiebelkuchen werden. Und Speck kommt dann auch noch mit hinzu. Ja. Hier stehen wir jetzt mal vor einem Stickenofen. Ja. Hier sieht man natürlich dann auch gerade, was läuft hier? Elsässer sind natürlich drin. Und, ähm, ein Stickenofen hat, wie gesagt, den Vorteil, dass der Wagen sich dreht. Also, da wird ein kompletter Wagen reingefahren. Ähm, und der dreht sich und wird heiße Luft drum herum geblasen, sodass an das Gebäck überall eine gleiche Pornung kommt. Wie oben und unten im Karren, dass dann alles gleich bleibt. Also, ich bin echt begeistert, finde ich so, dass, wie das hier... Okay, hier ist dann der... Ah, gut, hier ist auch schon... Hier ist der Etagenofen, weil es mehrere Etagen sind, ne. Dann holen wir hier einen auf. Dann haben wir mal das Licht noch an. Und da, was ihr jetzt da sehen, das ist Restbrot, Restteige. Die werden abgebacken, ja. Und, ähm, ja, die kriegen dann später die Schweine. Also, das wird nicht weggeworfen, sondern wird wirklich dann alles da noch verbraucht. Ja. Es wird alles dann weggegeben, sozusagen. Also, wir spenden auch zweimal die Woche an die Tafel, dienstags und donnerstags. Und da wird das, was übrig bleibt, wird dann halt eben dann abgegeben. Ich meine, alles können wir nicht abgeben, wie jetzt die Sahneartikel, die zählen nicht dazu. Aber Brot, Brötchen, die Artikel, die halten sich auch länger und die werden dann gespendet. Guter. Tolle Sache. Und das sind jetzt hier, ich muss mal durchzählen, jetzt hier zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn Öfen, die ihr gleichzeitig habt hier. Genau. Das sind eigentlich keine zehn Öfen, beziehungsweise schon, aber zehn Etagen, richtig. Das sind zwei Etagen Öfen, die jeweils separat angesteuert werden können über das Backprogramm. Und ja, läuft eigentlich mehr oder weniger voll automatisch, also wenn ein Programm mal eingestellt ist, dann läuft das runter in den Etappen, wie es dafür auch notwendig ist. Also sprich, hier oben hat man das, früher erkennte man halt auch noch, hat mal einen Zug gezogen, zieht mal raus, damit, weil am Anfang, wenn man ein Brot schießt, muss ich jetzt mal vorne wieder anfangen, wenn man ein Brot schießt, schießt man natürlich auf die Herdplatte und durch diese Hitze würde das Brot praktisch reißen. Und deshalb gibt man Schwaden drauf, Wasserdampf. Damit bleibt die Kruste erstmal elastisch und der Trieb des Ofens kann dann stattfinden und wenn der stattgefunden hat, nach zwei Minuten, nimmt man diesen Schwaden raus, also sprich, zieht den Zug und die Feuchtigkeit zieht ab und dadurch hat man dann ein gutes Brot. Sprich, die Kruste wird auch dann kross und kontrollierte Reisen findet dann auch statt. So wie es sein soll. Genau, so wie es sein soll. Ich sehe noch mehr Öfen hier stehen. So, zwei Etagenöfen, richtig. Und da steht es auch schon wieder, die Schoko- und Russinbrötchen. Was man hier auch schön erkennen kann, ist, man hat wie gesagt, dass hier Hefebrötchen, das Programm draufstehen, ja, steht ein. So, und dann hat man natürlich dann eine Ist-Temperatur, sprich, der ist noch zu warm und eine Solltemperatur mit 190 Grad. Hier oben zeigt man an, Backstufen, eine von zwei, läuft 13 Minuten, ja. Also man sieht, die Technik ist hier voll eingezogen, wird, was heißt läuft nicht vollautomatisch, aber sehr viel automatisiert, um euch eben dann die Arbeit auch zu erleichtern. Richtig, erleichtert sehr die Arbeit, davon abgesehen, ja. Jetzt, wie man das hier sieht, der ist aus, ne. Der hat, guck mal hier rüber, der hat hier immer noch eine Temperatur. Oh ja. So, wenn jetzt, wie gesagt, der Ofen ist jetzt bald für 13 Minuten blockiert, und wenn jetzt die Damen sagen, hey, wir brauchen noch ein paar Brötchen, und die Brötchen reif hinten sind, und dann sagt dann der Ofenmann, hey, ich mach einfach mal den Ofen an, zack, stell dann mein Programm für Schnittbrötchen ein, dann hat er das Schnittbrötchen, und dann würde er jetzt hochheizen, wie man hört. Hier ist auch noch rot, das heißt, er hat erst 140 Grad. Ja, da wir noch eine brauchen, sparen wir Energie. So, das sieht jetzt aber mal spannend aus. Ja, Maik, hier haben wir den Mitarbeiter, der Ahnung, der macht jetzt hier vorne die vorabgewogenen Teiglinge rein, die Maschine drückt sie, dann geht's hier rüber zum Markt, der tut sie einmal hier, ist ein Tuch, da ist Wasser dran, da wird dann dementsprechend hier ins Wasser reingehalten, damit das Saatgut anschließend hält, hier in dem Falle Sesam, ja, und dann wird's aufgesetzt. Und dann gibt's Zopfli. Zopfli, genau, richtig. Das ist jetzt unsere Sesam-Zopfli, dann kommen noch Mohn-Zopfli, Käse-Schinken-Zopfli, Kümmel-Zopfli. Wenn wir grad sehen. Als wär's abgesprochen. Ja. Ist es aber nicht. Ich mach das nicht das erste Mal, oder? Wir haben das schon öfters gemacht. Da frag ich dich mal, wie lange bist du schon hier dabei? Ja, seitdem die Meisterbäckerei hier geöffnet ist, seit 2016. Im Globus bin ich eigentlich schon seit 1992. Also, ein richtiges Globus-Urgestein schon hier? Eigentlich schon. Und bist nach wie vor gerne hier? Ja. Und da liegen sie dann schon fertig und werden genau wie die Brötchen dann drüben in den Öfen gebacken. Ja, aber vorher kommen sie immer noch in den Gärschrank, Mike. Richtig, richtig. Hab ich jetzt unterschlagen. Das Brot wird auch hier gemischt? Nicht ganz. Also, was man jetzt hier sieht, ist unsere Sauerteichanlage für einen Zwei-Stufen-Sauer. Das heißt, die Anlage macht selbstständig. Also, wir geben das Anstellgut rein. Die Anlage tut sich selbstständig Wasser und Mehl ziehen. Das wird dann gemischt, erwärmt und wieder runtergekühlt, sodass man dann die zwei Stufen jeweils hat. Genauso wie die Ruhezeiten, die dann gebraucht werden. Aber was man sieht, es wird wirklich alles hier frisch bei euch produziert. Es ist hier nichts dazu gekauft, sondern es ist etwas als was Fertiges. Nein, es wird wirklich alles täglich oder nächtlich, muss man bei euch eher sagen, hergestellt, damit eure Kunden in gewohnter Qualität und gewohnten Schmack bei euch kaufen können. Richtig, genau so handhaben wir jetzt hier. Ein bisschen was habe ich dann doch gelernt. Ja, auf jeden Fall, wir sind schon fast durch. Ja, hier haben wir noch, wo die Brote produziert werden. Das heißt, hier wird der Kessel mit dem Broteig, wird dann hier reingefahren. Dann kommt die Sicherheitsabsperrung runter. Dann wird der hochgefahren, fällt hier oben in den Trichter rein. Der Trichter portioniert das, deshalb steht hier eine Waage, wo man dann das Ganze einstellen kann. Dann kommt hier der Teigling, der Brotteigling, kommt dann hier raus, wird hier rüber rechts und links, also die laufen gegenseitig, damit ein Wirken stattfindet. Früher hat man mit der Hand halt eben immer gewirkt, rund gewirkt, dass eine gewisse Spannung drin ist in dem Brot. Das macht dann diese Maschine und fällt anschließend hier das Brot runter und dann kann man es in die Körper reinsetzen. Und muss wahrscheinlich ruhen. Genau, und kommt wieder in den Gärautomat. Jetzt wollten wir gerade das Brot zeigen und schon sind hier die Elsässer, die wir gerade eben gesehen haben, fertig. Der Wagen ist heiß. Der kommt jetzt hier rüber, der Wagen. Ja, frische Elsässer. So, hier dürfen Sie jetzt noch ein bisschen ausruhen. Genau, hier sieht man das Ganze noch, dass die ja auskühlen. So heiß werden sie natürlich nicht verpackt, weil dann würde es in der Tüte selber schwitzen und wäre nicht gut für das Gebäck. Deshalb dürfen sie auskühlen und werden anschließend dann frisch verpackt. Super. So, dann jetzt aber zum Brot. Hier sehen wir schon wieder verschiedene Sorten, die hier schon warten, abgepackt zu werden. Genau, hier haben wir das Mischbrot wieder stehen. Hier haben wir ein glattes Mischbrot, ein bemehltes Mischbrot. Hier haben wir auch kleinere Einheiten, Fünder, Kilos. Auch hier vorne, also es wartet alles, abgepackt zu werden. Die Auswahl ist echt fantastisch, also das ist ja wirklich für jeden Geschmack, für jeden was dabei. Richtig, ist alles mit dabei. Wir gehen mal kurz rum, weil genau das wollen wir kurz sehen, weil hier wird das Ganze ja dann vorbereitet, bis es also verpackt. Wie es dann die Kunden auch draußen im Selbstbildungsregal dann vorfinden können. Richtig, genau so wird jetzt hier anschließend verpackt wird. Also wie man jetzt hier sehen kann, ist ein kleiner Luftzug. Das heißt, wenn man jetzt was verpackt, was wollt man hier verpacken jetzt machen? Kann ich auch gerade eins mal verpacken. Ja, ich bin nur mal hier dran. Also das heißt, wenn würde das hier rüber, machen wir da hin. Das ist ein kleiner Luftzug, damit die Tüte halt eben aufbleibt, schubst das hier rein, die Maschine macht dazu. Das ging jetzt ja, das ging ja fix. Ah, hier ein Kollege hat gesagt, er hat den Preis vergessen. Das heißt, der Kunde, der dein Päckchen erwischt heute, hat Glück gehabt. Nein, das kann es. Ich klebe es nach. So, und schon ist verpackt das Malzkraftbrot für 1,85 Euro. Aus der Meisterbäckerei. Natürlich aus der Meisterbäckerei. Von Hand mit Herz, das ist ja auch euer Slogan, euer Motto. Das heißt, Handwerk wird hier wirklich richtig groß geschrieben. Ja, Handwerk wird hier noch groß geschrieben, das stimmt. Es sind zwar viele Maschinen im Einsatz, aber wir sind trotzdem mit Herzblut noch dabei. Immer noch mal auf die Produkte zurückgehen. Es kommen ja auch immer mal wieder neue Produkte dazu. Wie wird das entwickelt bei euch? Das wird vom Konzern her entwickelt. Das machen wir hier nicht. Und wir kriegen dann dementsprechend die Rezepturen hier hin, sprich über PC, mit neuen Rezepturen, mit der Anleitung, wie alles gebacken wird, wie es auszusehen hat, damit wir in jedem Globus, den wir vorfinden, die Produkte gleich sind und auch gleich schmecken. Super, also ich kann garantiert sowohl hier im Globus St. Louis wie auch in anderen Globus Niederlassungen. In den anderen 46 Globus Niederlassungen, genau. Die Brötchen schmecken immer lecker, weil immer gleich. Genau, richtig. Und auch der Preis ist gleich. Genau, auch ganz wichtig. Ja, bevor wir rausgehen, sehen wir hier noch, ich glaube hier wird etwas hergestellt, was sehr, sehr beliebt ist. Ja, hier bereitet gerade der Mitarbeiter Tobias Kangenbauer den Rahmkuchen vor. Wiegt ein Quark dafür ab, hinten steht schon Ei und dann wird der Rahmkuchen produziert. Ich finde das echt spannend. Also ich glaube, hier könnte man sich den ganzen Tag aufhalten und einfach nur den Mitarbeitern hier über die Finger schauen, was hier alles so toll fabriziert wird. Ja, ich würde sagen, wir lassen den Kollegen jetzt den Rahmkuchen fertig machen und schauen uns doch mal an, wie denn die Kunden das draußen vorfinden, hier bei euch in der Meisterbäckerei. Ja, gerne. Fettgebäck wird auch gemacht hier? Ja, natürlich. Berliner, Apfelberliner mit diversen Füllungen, alles. Hier stehen sogar schon die Donuts. Ja, da stehen sogar schon die Donuts. Da kriegt man ja schon so ein bisschen Versuchung, mal schnell zuzugreifen. Natürlich gerne. Möchtest du einen probieren, Mike? Wenn ich die Hand frei habe, gerne wieder. Aber ich habe jetzt eher an dich und das Team gedacht. Nee, alles gut. Also so viel können wir nicht jeden Tag naschen. Das funktioniert nicht. Die Versuchung kann wieder standen werden. Ja, schon sind wir durch hier in der Meisterbäckerei im Globus Saarlouis. Und ich fand es wirklich richtig spannend zu sehen, wie alles hier produziert wird, wie alles hier vonstatten geht. Hier sind wir jetzt wieder bei den Produkten der Konditorei, die wir vielleicht ein anderes Mal genauer anschauen dürfen. Aber wir haben ja schon gesagt, aus hygienischen Gründen darf man das nicht normalerweise. Aber dafür habt ihr ja jede Menge Brot, Brötchen und das jeden Tag frisch. Selbst die Marmeladen. Hier vorne haben wir Marmeladen. Die stellen wir hier selbst her. Also die werden genau in dem Raum hier vorne produziert. Hier ist unser Marmeladenkocher. Und dann werden hier unsere Marmeladensorten produziert. Früchteaufstrich. Ist alles mit dabei. Hier vorne haben wir Kirsche, Aprikose. Die werden hier produziert von uns. Also das Frühstück ist gerettet, wenn man hier bei euch vorbeikommt. Direkt hier frisches Brot. Und hier auch natürlich, muss auch sein, die Schneidemaschine, damit jeder selber entscheiden kann, ob er es geschnitten haben möchte oder am Stück. Ja, ich würde sagen, am besten. Wir bieten auch geschnittenes Brot an. So ist es nicht. Selbstverständlich bietet ihr auch geschnittenes Brot an. Aber das finde ich eben das Schöne. Ihr habt euch da komplett auf die Kundenwünsche eingelassen. Das heißt, dass ihr hier bekommt wirklich jeder sein Produkt, wie er es gerne hätte. Nach seinem eigenen Geschmack. Die Auswahl ist einfach so enorm, so groß, so vielfältig. Und trotzdem achtet ihr dabei darauf, nicht überzuproduzieren. Ja, also wir probieren wirklich punktgenau bzw. ein bisschen mehr zu produzieren. Nicht viel, aber immer ein bisschen mehr, dass der letzte Kunde auch noch alles hat, dass alles da ist. Wenn es mal ausgeht, dann ist das Produkt so gut, dass man hinterher kommt. Dann habt ihr mit besonders viel Liebe gebacken an diesem Tag, dann ist sofort der Ausverkauf. Aber ich denke, das kommt ganz selten vor, vorwiegend bei euch, dass etwas mal tatsächlich nicht mehr da sein sollte. Und notfalls gibt es ja ganz viele andere Produkte, die man auch mal probieren kann. Genau, richtig. Und wenn alle Stricke reißen, packen wir es einfach frisch neu. Dann sag ich einfach bei dir Bescheid und du setzt alle Hebel in Bewegung, dass eben das Brot wieder frisch nach vorne kommt. Ich bedanke mich bei dir von wegen für diesen kleinen Rundgang. War wirklich spannend. Ich denke mal, du wirst langsam auch müde sein, oder? Nö, gar nicht. Also das macht mir gar nichts aus. Ich bin mit Freude mit dabei und das ist alles gar kein Problem. Das hört man auch gerne. Dann verrate ganz kurz von wegen allen, die jetzt mal Lust haben, hier in St. Louis bei euch vorbeizukommen. Mal, ja, so wie ich vielleicht jetzt nicht, aber trotzdem mal so ein bisschen einen kleinen Blick erhaschen möchten auf die Meisebäckerei. Und vor allem eure Produkte probieren möchten. Wie habt ihr denn geöffnet? Unsere Öffnungszeiten sind regulär wie der Markt, also sprich ab morgens 8 Uhr bis abends um... Auch 8 Uhr, soweit ich weiß. 8 Uhr, genau, richtig. Ah, vielleicht ist es doch ein bisschen müde schon. Ihr bleibt aber tapfer. Ich bedanke mich bei dir. Hat mir wirklich riesen Spaß gemacht und ich komme gerne nochmal wieder und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Vielleicht in der Kontinuiterei. Weiterhin viel Erfolg, frohe Schaffen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön, Mike. Tschüss. Danke. Danke.